Die 15. Auflage der Messe Neckaralp Regenerativ in Balingen bot am Wochenende die Gelegenheit, sich über energieeffizientes Bauen und Sanieren sowie über die neuesten Entwicklungen auf diesem Gebiet zu informieren. Insgesamt 80 Aussteller zeigten unter anderem vor Ort die neuesten Technologien und Lösungen für energieeffizientes Heizen und Dämmen von Häusern und Wohnungen. Die Besucher hatten außerdem die Möglichkeit, sich von Fachexperten über die Vor- und Nachteile verschiedener Sanierungsoptionen beraten zu lassen und sich über die verfügbaren Förderprogramme zu informieren.